So, und wenn wir das dann verkauft haben, das Heroin, würde ich mal sagen, machen wir eine kleine Aufnahmepause. Okay. Ich bin fast am Verrecken. Wieso? Ich habe 56 Leben. Oh, dann würde ich mal sagen, machen wir einen kleinen Zwischenstopp in Sophia bei der Apotheke, markiere ich mir mal. Da gibt es auch einen ATM, da kannst du dir Schmerzmittel und so weiter kaufen. Okay. Du darfst ja nur keine Zy- und Kali-Katzen kaufen und die benutzen, weil das, dann machst du Selbstmord. Dann bringst du dich damit selber um. Was? Achso, du kannst Mario-Hana oder Heroin kannst du übrigens auch nehmen. Hä, wieso? Hä, what the fuck? Aber, ja, verarbeitetes Heroin. Hä, wieso kann ich in dem Auto nicht nichts lagern? Nee, du kannst nur, warte, du, oh, jetzt hör mal auf, warte, du kannst nur ins Auto 16 Heroin packen. 16? Ja, am besten ist, dass du machst, da unten ne 1, 3, markierst du, dann drückst du die ganze Zeit nur auf ein Lagern. Das ist dann am einfachsten. Achso. So schwer ist das? Ja, warte mal. Hörst du nochmal den Kofferraum vom Auto? Oben rechts, weil es steht wide, das heißt Gewicht. Ja, ja, weiß ich. Das ist die 100 und so viel passt da rein. Okay. Dann sah mich noch. Und ein Heroin nimmt 4 Platz weg, das heißt, er geht nur 96 rein. Also sagen wir 5 Platz weg. Oh, ich muss auch dringend zur Apotheke, ich habe auch nur noch 63 Leben. So. Ich habe gewendet, noch weniger als ich. Ach, du hast ja Klamotten gekauft, das sehe ich ja jetzt erst. Ja, bist du schnell. Wenn ihr habt jetzt die Aufnahme gestanden, habt ihr schon gekauft. Ich nicht. Es ist mir jetzt erst aufgefallen. Inventer ist voll bei mir. Ja, bei mir auch. Gut, dann lass uns los, Franz. Erstmal zur Apotheke und dann zur Verarbeitung und dann zum Drogendealer. Äh, das... Erstmal würde ich sagen, erstmal auf die Straße. Also Tankstelle, oder? Nee, nee, da gibt es kein ATM. In Sofia gibt es die Apotheke, ich habe sie mir markiert. Wenn ich jetzt wüsste, wo die Straße ist... Äh, nein, du musst sie jetzt recht abbiegen, da ist die Straße. Genau, nach rechts muss ich. Und ich muss umdrehen. Ah, da hinten, ich sehe die Straße schon. Oh, ich habe... Geister, dann habe ich nicht so schnell gefahrt. Okay. Alter... Bist du auch schon auf der Straße? Nein, noch nicht. Hast du dir die Apotheke in Sofia markiert? Nein. Und es ist ein Cop online. Ach, die Schande. Äh, Sofia, wo ist Sofia? Fah, fahr mir einfach hinterher. Ist auch im Nordwest. In der Nähe von der Heroinverarbeitung. Okay. Ah, habe ich schon, Stasse. Aber ganz ehrlich, der Cop kriegt uns eh nicht. Wieso? Ja. Hast du markiert die Heroinverarbeitung? Äh, Quatsch, Sofia, die Apotheke? Ach, fahr mir einfach hinterher. Ich habe hinterher dichtgefahren, deswegen. Ja, komm, fahr hinter mir her. Hallo. Ja, fahr weiter. Weiter. Ah ja, hier, oder? So, Apotheke. Ein Nachricht. Warte. Handy. Was hat er, was wurde zu dir geschrieben? Äh, wo sind die... Äh, was? Wo sind die denn? Nein, bitte antworte darauf nicht. Ich habe keine Ahnung, was er meint. Er meint wahrscheinlich, wo wir sind, aber nicht darauf antworten. Wir machen gerade was Illegales. Warte, ich will antworten, äh, falsch. Nee, einfach gar nicht antworten. Also es könnte ein Buller sein, oder was? Ja, ist ein Cop. Alter, stimmt. Nur wir beide sind Zivilisten und der andere ist ein Bulle. Pass auf, hier ist wieder eine scharfe Kurve. Weil, ne, es sind drei Zivilisten und... Ja, aber das eine ist ein Bot. Wieso? Der rennt hier irgendwo rum. Pass auf, ah! Ich wollte gerade sagen, pass auf, hier ist eine scharfe Kurve und ich fahre selber rein. Warte mal. Es ist ein Cop, äh, ich habe keine Ahnung, was der macht. Hm. Wenn der weiß, wo wir sind, ja. Ey, warte mal. Bin ein bisschen zu schnell, oder was? Ey, ich warte. So, dann wollen wir mal wieder Gas geben. Achso, du kannst ja jede Droge nehmen. Nur Kokain würde ich nicht nehmen, denn das hat den Effekt, der hört nie auf. Achso. Erst wenn du Arma 3 beendest, hört der auf. Deswegen, was machst du denn da? Wer, du? Nee, du, im Gebüsch. Achso. Ich habe auf dich gewandert, dass niemand würde mich sehen. Achso. Jedenfalls sollte der Cop kommen, der kriegt uns, der hat eh keine Chance gegen uns. Wieso? Weil wir haben zwei gepanzerte Fahrzeuge. Ich meine, die haben auch ein gepanzertes Fahrzeug, aber... ...mit denen würden wir leicht fertig werden. Er hat nur einen Hunter. ...weil du fährst. Geil, gell? Ja. Ah! Glück gehabt. Noch vier Kilometer. Bist du hinter mir oder hast du mich verladen? Ne, ich bin hinter dir Siehst du mich denn noch, oder? Ja, ich seh dich noch Wenn du die 1 im... Okay, mein Sprider ist kaputt Ach du Schande, ich wurde geblitzt Ah, pass auf, dann kommt da gleich wieder ein Checkpoint Wenn du in den Tastenfeld die 1 oder die 3 drückst Dann kannst du nach hinten gucken Okay Er würde wissen, wo wir sind, gell? Jetzt der Bulle weiß, wo wir sind, oder? Keine Ahnung, ich hoffe nicht Weil ich habe nur noch 25 Leben Ich brauche dringend einen Verbandskasten Mit 3 oder was? Kann ich nach hinten schauen? Ja, also nicht oben in der Zeit Schon wieder! Was? Schon wieder geblitzt? Ja Nur mit 60, kannst du warten Ich habe genau 20... Ich wurde auch geblitzt Vor dieser Sperre oder nach dieser Sperre? Vor der Sperre Ja, und wieder nach der Sperre auch Kann nur hoffen, dass der Cop Nicht sehen kann, wo wir geblitzt wurden Ich hoffe doch Weil ich habe jetzt gerade wenig Lust gegen den anzutreten Mit 25 Leben Ich werde dann sofort sterben, wenn der mich einmal rammt Ja Oh oh, gerade übel select und wurde schon wieder geblitzt Nach der Sperre Ja, ja, habe ich gesagt Vor und nach Mit 114 kmh Ja, ich habe nur noch 100 gefahren Ja, hier habe ich noch 100 gefahren Ja, hier ist auch Tankstelle Ah, okay Das ist auch gut Ein Kilometer noch, dann bin ich bei der Apotheke Und ich bin schon da Mal aufpassen, nicht reinfahren in mein Auto, gell? Ja Also, äh Schmerzmittel, oder? Was soll ich kaufen? Äh, das weiß ich, um ehrlich zu sein, nicht Ah, ich habe kein Geld Ja, klar, kann ich sofort sowas kaufen Nehmen wir 2000 So, ich muss nochmal kurz auftanken Ja Schmerzmittel kaufen So, eins Kaufen So, 200 Dollar einmal kurz abheben Äh, kaufen Apotheke Äh, das kostet 500 Kaufen? Ja, nochmal 300 Abheben Apotheke Schmerzmittel Kaufen Hä? Nicht genügend Platz Ach ja Ah Nein Nein Wir haben zu viel Heroin dabei Egal, dann fallen wir weiter einfach Ja, warte, dann lass mal zum Zum Hornbach fahren Da können wir uns Verbandskasten holen Hast du getankt, oder was? Ja, hab ich Okay Ja Ja, das war knapp Hornbach Ein Erste-Hilfe-Kasten Ich besorg noch mal so ein paar mehr Warte, warte, warte Äh, wo bist du? Ich bin hier Drinne Ach so Oh, wegen dieser Lichter hatte ich dich nicht gesehen ohne Scheiß Da So, okay, nochmal einen mehr kaufen Kann ich nicht, nicht genug Geld dabei Gut Okay Einmal kurz die Heroin-Küche bearbeiten, markieren Äh Ah Oh, ist von hier Wo sind sie? Ich glaube schon, wie er den Bulle fragt mich Nee, schreib es nicht Denkst du, ich will? Nicht antworten Denkst du, ich will? Okay, er ist tot Wer? Ja, der Bulle Tim Herber Echt? Ja Woher weißt du das? Hä, wer hat mich ab... Ich bin da im Chat Also, wer hat mich abgeschossen? Nee, er weiß ich nicht Wahrscheinlich ist er irgendwo runtergefallen oder so Okay So, wir fahren jetzt hier einfach geradeaus, offroad Achso, ja, ich habe mich hier... Geh... So Hallo? Ja, was los? Nee, wollte ich nicht fahren Ja Ja, oder? Có Ja, der Name ist ja, ich will Ja da... uter Auftrag Part欠